Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das beste Rezept zum fit und gesund bleiben ist nach wie vor leicht kochen. Und dabei helfen Ihnen die völlig neuartigen Kochtöpfe von Seradour, die Sie in dieser attraktiven Ausführung nur bei Cope bekommen. Mit den Seradour-Kochdöpfen Koop kochen Sie ernährungsbewusst und energiesparend. Denn Seradour ist ein ultraleichtes und stabiles Material, das die Hitze riecht, kann durchdringen. So schonen Sie die Vitamine und die Mineralstoffe. Und Sie sparen Energie, weil Sie nämlich, sobald es anfängt zu kochen, schon aufs Eis zurückschalten können. Die qualitativ hochwertigen Seradour-Pfannen gibt es jetzt bei Koop zum speziellen Einführungspreis. Achtet Sie auf die Plakate an der Koop-Schauffeister. Jetzt gibt es bei Koop die Haartröchner besonders günstig. Der Satrap Sporting für nur 35 Franken und der Satrap Roll Curl und der Satrap Baron für nur 29 Franken. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop vier Goldstar Käsküchli, tiefgekühlt für nur 1 Franken 90. Ein 500 Gramm Becher Koop-Joghurt, natür statt 85 Graben nur 65 Graben und mit Früchten statt 1,20 nur 95 Graben. Zwei Pack Kampli-Bretzeli nur 2,50 und zwei Rollen Arni-Biscuit à la Mandarine für nur 2,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, ein Liter Dorina-Sohnenblumenöl statt 4,65 nur 3,95. Und als aktueller Preisschlager 100 Zellstoffserviette, weiss nur 3,80 und farbig nur 3,90. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017